Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute wird ein sehr trauriges Video. Ich habe auch letzte Woche erfahren, dass jemand geschlafen ist. Das war von meinem Arbeitskollegen, die Mutter. Da war ich auch sehr geschockt. Ich habe es ja auf der Arbeit erfahren. Ich habe ganz kurz mal auf der Arbeit ein Zettel vorbeigebracht. Dann bin ich wieder nach Hause. Dann muss ich das erst mal verarbeiten. Ich bin auch in Gedanken bei meinen Arbeitsplägen, dem Vater und der ganzen Familie. Und wenn ihr das Video auch ansehen solltet. Ich finde euch mein eigenes Twilight. Ich bin immer noch in Gedanken bei denen. Heute war ich auch im Internet. Dann habe ich mir YouTube Videos angeschaut. Dann hat meine Mutter mich angerufen. Und da habe ich auch erfahren, dass es noch einmal geschlafen ist. Dann haben alle Arbeitskollegen auf Arbeitsplägen gewohnt. Und sie war für alle da. Sie hat auch geholfen. Sie hat auch für Freisdienst gearbeitet bei uns in der Linkshilfe. Sie hat auch das ambulantisch betreutes Wohnen geleitet. Und dann habe ich das im Internet erfahren. Und da war ich auch ein bisschen traurig. Und dann war ich auch bei der Familie von meiner Arbeitskollegen. Und ja, einmal im Jahr haben wir auch gequillt. Von anderen Landes betreutes Wohnen. Oder wir haben Ballastfeuer gemacht. Sie war einfach für alle da. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Und ja, ich bin auch in Gedanken bei der verkannten Familie. Und ja, ich bin auch gespannt, dass jetzt Freitag mit ambulantisch betreutes Wohnen und ambulantisch betreutes Wohnen ist für die Leute, die eine Wohnung haben vorhin. Die können zum Freisdienst gehen und dann sich da melden. Und dann wird das alles geregelt. Und das hat auch an Arbeitskollegen gemacht. Und ja, ich muss das jetzt einmal verarbeiten. Und ja, jetzt kommen noch ein paar Bilder. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich melde mich dann und begrüße wieder beim nächsten Video. Und das nächste Video wird sehr frohlich zugehen. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020